hallo meine lieben mitzocker mitzockerin jetzt wieder eine toke aufs brot und wir sind hier gerade bei net im waffenladen und sind uns ein bisschen umschauen und mein gerade etwas entdeckt denn hier oben ist ja noch eine kiste die wir uns noch schnappen können wenn wir den schlüssel hätten schade 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 gibt mir die besucher los die bekommen wir dann wahrscheinlich das wird wahrscheinlich die belohnung sein wenn ich die ganzen dinger da bekomme und ich fehlen denn noch die kanadische bellende spinne der mösenfurz höhlen fehlen noch und die mutanten die mutanten mutanten bakterie die fehlt auch noch sonst habe ich alles gemacht dann gehen wir mal noch mal zum zurück zum blick auf die karte werfen wo sind denn überhaupt die ganzen quests noch da müssen wir auch hin ok für die großwild jagd ist die bakterie und wo ach die war hier oben rechts genau hier und da wollen wir jetzt hin ok gut gut klingt nach einem plan problem ist dass wir da wahrscheinlich durch diesen wald müssen und dafür schon einfach den weg nicht das ist nicht so gut eine nachricht von mr hanky was möchte er auch hier vergiss nicht dass weihnacht vor der tür steht ich bin den weihnachtsmann um einen neuen mann der nicht schlaff wird wenn seine frau im schmutzige schweine heil erzählt schatz wir haben darüber geredet du hast ein paar wirklich kranke sachen gesagt zumindest versuche ich bin die einzige die irgendwas versucht ja der übliche ehe streit zwischen scheiße und scheiße und die katzen verbrügel und die katze verbrügel ruhe hoch Aufmachen, ich bin's. Schönes Arbeit. Ich lasse euch wissen, ob irgendwelche Updates auf ManBearPeg. Sicher, die News auf Facebook sharen. Ich bin super serial. Ach, das war jetzt die Quiz? Okay. Bleibt einen Augenblick auf ManBearPeg. Ich kontaktiere dich auf meinem Internet, wenn ich seine exaktie Beispiele habe. Schatz, das ist ein öffentlicher Post, den jeder sehen kann. Gut, ich bin froh, dass es raus ist, denn ich bin es leid, wie eine Gefangene zu leben. Oh. Entschuldigung. Gut, wo gehen wir hin? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder versuchen wir durch den Wald zu kommen, oder wir gehen mal in die Schule. Wir gehen mal in die Schule und werden da diese merkwürdige Bakterie versuchen rauszulocken. Aber wir kommen hier noch gar nicht rein. Dann klappt das wohl nicht. Long way from home human. Halt die Klappe. Sonst tötet ich dich. Aua. Aua. Check mit euch. Ist jetzt schon wieder so ein blöder Wald. Oh, verdammt. Warum glaube ich denn noch immer in den Wald? Hier waren wir, glaube ich schon. Hier waren wir. Wuhu. Wickelhaft. So Kenny, guck mal deine pelzigen Freunde. Hier geht mich an. Hier geht mich an. Müsst du mich mal heilen? ja ich muss mich ganz ganz schnell heilen ich muss mich nicht mehr heilen wo ist der überdeckungsbank nein noch einruf super das wir schmecken Juhu! Viermal am Bluten! Ah, ist so schön, dass man das decken kann. Knöpse zeigen! Iiii, er hat Syphilis! Oh, Leute! Nicht vergessen zu heilen! Dreckshunde! So, ein paar Fähigkeiten einsetzen. Die kann keine... Die sage ich schon, der kann keine Fähigkeiten mehr machen. Ja, ich wollte gerade sagen, es hat nicht gewirkt, aber doch hat's. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ach, komm, wir ballern einfach wieder drauf. Och, Spinnidiot! Im Arsch! Ah, ja! Äh, okay! Weiter! Wann werde ich jetzt gestorben? Kein Plan, aber umso besser. Denn dann können wir hier reingehen und müssen erst gar nicht in den Wald. Hihi! Der Wald ist scheiße! So, das war das in der Dau. So, das war das in der Dau. Wer ist das? Ich glaube, es ist der Nukid, die Leute sprechen. Bäh, Nukid! Das ist die Götchen-Kind. Das ist für die Götchen-Kinder. Nukid ist nix. Oh, das ist das? Join der Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits, willkommen. Sorry Frodo, wir spielen Dungeons & Dueshbags. Ja, beat it Nukid. Ah, c'mon! Let's do it! We never do anything! No, we can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair! Ja, tell you what Nukid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Ja, wenn du willst, dass du nicht ein Konformist bist, dann musst du genau wie wir sehen. Dann, vielleicht, wir haben dich mit dir geschehen. Mütze. Shoppen. Okay, wo müssen wir denn dafür hin? Warum zeigst du mir jetzt hier die Quest nicht an? Depp. So, muss ich hier gucken. Gehen wir das mit den Goths ein. Was haben wir hier? Gar nichts. Okay. Ich finde irgendwo ins Hausbau ein Päckchen Zigaretten. Bei Jimbo gibt es das. Okay. Goths Dachen kaufen. So, hier. Kaufe ein Goth Outfit und lege es an. Kaufe Goth Handschuhe. Okay, dann müssen wir anscheinend zu diesem Penner. Und da gibt es natürlich Kaffee beim Tweak. Gut. Dann müssen wir erstmal hier hin. Fast Traveler. Gehe dein schlusses Haar und lege es an. Gehe dein schlusses Haar und lege es an. Gehe dein schlusses Haar und lege es an. Ich muss mich verarschen. Ähm, muss ich mir jetzt eine andere Frisur machen oder wie? Frisur. Gehe dein schlusses Haar und lege es an. Gehe dein schlusses Haar und lege es an. Gehe es an. Gehe es an. Gehe es an. Neue Nachricht. wurden du und ein mitgliedern vom schweine wenn man das steht ja ich habe ein päckchen zigaretten aber jetzt geht es um die es eben nicht komisch komik komiks schocken wir mal hier vorne den an mps Oh, man. Alter. Ja. Hm, der müsste dann draufgehen. Zweimal angewidert, zweimal bluten, müsste ihm den Rest geben, ja. Dann kannst du hier unten dein Einhorn benutzen. Ah, so schön. Oh, dreimal A. Sehr kreativ. Oh, er hat doch mal überlebt. Stopp, erstmal heilen. Ich weiß nicht, dass der Kenny gleich wieder drauf geht. Jam, 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 jam. So, jetzt aber. Solltet ihr keinen Angriff mehr von denen ihr Ziel finden. Na wo? Ah, jetzt, okay. Ah, jetzt, ja. Zippo-Feuerzeug. Oh, 15 Feuerschaden. Das ist natürlich schön. Das ist natürlich schön. Habe ich jetzt meine Frisur ändern müssen? Habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Hm, nein. Hm, hm. Hm, hm. Ah, ja. Ich hatte diese Mönch. Herrlich. Und, ich wollte meine Waffe jetzt verbessern. Die da. Zuck. Da kommt nämlich jetzt Feuerschaden drauf. Schibi. Oh, oh. Oh, das sieht aber schmerzhaft aus. Oh, kein Glück. Okay, weiter geht's. Dann brauchen wir Kaffee. Was hier? Ah, da gibt's Schwarz Kaffee. Ah, da gibt's das Outfit. Okay. Das sollten wir eigentlich heute noch hinbekommen. Ich gebe dir einen guten Preis. Ja, du musst einen guten Preis. So, okay. Dann noch Kaffee. Dann ziehen wir uns noch um. Und dann muss ich die Folge wahrscheinlich auch schon wieder beenden. Ich weiß noch nicht, wie mehr hier kommt. Ich kann swear, ich hörte eine Kaffee. Los, gib mir Kaffee. Willkommen zu meinem Kaffee-Shop. Danke für die Hilfe in der Rückseite zu helfen. Würdest du einen Kaffee versuchen? Ja! Hm, ist das da? Ja, das ist glaube ich das, was ich brauche. Juhu! Finde etwas Kaffee. So, dann ziehen wir uns mal um. Die Gottsmütze. Du erhältst Individualität durch Beleidigung Anlage. Okay. Du verlierst mit jeder Runde den Klauben an die Menschheit. Okay. Minus 20 Charakter. Ja, sind ja super Rüstungen. Kannst du ein secret halten? Ah ja. Ich sollte vielleicht dann auch noch die, äh, Emo Perücke anziehen. Und... Ähm, 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 ähm. Was gab's denn da noch? Das. Da gab's doch auch ein Goss-Schädel. Pentagramm. Schwarzer Einleiner, da. Da. Und... Mhm, mhm, mhm. Okay, das da können wir anscheinend lassen. Oh. Wollte ich mich verarschen. Hey, there he is. New Kid. New Kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight. But I warn you. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time. And you might as well skip it and just come with us. There is no way you can win and fighting us will be a complete waste of time. Are you sure you want to fight? Ja. Okay, let's get this over with. Ihr werdet zerstört. We're still doing this, right? Mhm. Hihi. Ja, dann müssen wir jetzt wohl wieder die Pelzigen Freunde suchen. Juhu. Kampf hier muss ich jetzt natürlich noch zu Ende führen. Oh, Jorgen. Oh, was kommt ihr denn jetzt an? Konterhaltung. Wie war das nochmal? Na, ich stoff erstmal heilen. Das zackt. So, was sind wir da und da? Der müsste fast schon verbluten nächste Runde. Der auch, dann greifen wir den mal an. Ja, läuft's bei euch? Reflektieren. Kriegt ihr gar nichts. Tschüss! Wie ist dein letzter Schlag? Ja, jetzt kommt wahrscheinlich noch eine kleine... ein kleines Video, jawoll. Und danach machen wir dann Feierabend. ... 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 Ich habe die Strecke wieder einmal und für alle geholfen. Ich vertraue dir, was richtig ist. Und Kind, wenn du uns betrachtest, werden wir allen sagen, du bist ein Schein. Ich schreibe unseren besten Ranger, um dir zu helfen. Der Bard ist jetzt auch an deinem Begleiter. Schluss. Und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ja, ja. Schalte das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten lasst doch einfach einen Daumen hoch da oder schreibt das in die Kommentare oder postet das Video bei Twitter, damit eure Kollegen alles auch gucken können, wie ihr wollt. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.